das hardline 2020 geht zu ende und wir sind gerade eben aus dem abschlussfilm herausgestolpert aber da sind wir schon am ende wir wollen aber am anfang beginnen der sonntagmorgen führte uns ja eigentlich eher mittag führte uns von unserer unterkunft natürlich wieder ins ostentor kino wo wir den vielleicht sanftesten film des festivals sahen aber auch einer der wo schon in der luft lag dass er möglicherweise mal wieder einer der favoriten ist für einen preisgewinn und zwar haben wir gesehen dinner in amerika der ja auch auf dem gewinners spot der letzten jahre lag quasi so der der nachmittagsfilm am letzten tage also das war schon eine mögliche self-fulfilling prophecy warum leichte kost weil ich weiß gar nicht was sagt man komödie hat er jetzt herumkommen aber der etwas anderen art hatte jetzt weder was mit übernatürlichen noch mit natürlichem horror zu tun außer wenn man jetzt so vielleicht die amerikanische vorstadt lebensweise als solches schon bezeichnen will und das thematisierte auch so ein bisschen am rande nämlich es finden sich so zwei zwei außenseiter ein pärchen du hast du gesagt und ist das jetzt wert und meins ist bonnie und kleid für arme nur weil halt weniger getötet und die finden halt auf ungewöhnlichen wege zusammen und daneben gibt es auch noch viel musikalischen bezug auch diesmal thematisch jetzt nicht nur als stilmittel wie man es ja in den filmen allgemein hat und das war eine richtige kleine punk nummer die wie wir auch jetzt schon am filmfestival gehört haben das zeug zum kult hit hat und auch eine denke ich eine empfehlung ist von uns allen dreien wo wir glaube ich alle drei die volle punktwertung gegeben haben auf jeden fall ein sehr guter start in den tag ja tolle tolle charakter in einer einer handlung die so gefühlt an einem tag abläuft irgendwie ja sie in kurzen zeitraum also wirklich also hauptsächlich halten wirklich die 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 figuren die auftreten sind toll kann man noch am rand sagen prominent mit gefördert durch ben stiller als produzent und auch man findet auch noch zum beispiel lia thompson in einem gast auftritt das hat mich sehr überrascht fand ich auch gut also aber sonst ein sehr ein film der sich auf sein junges schauspiel talent stützt und dann von hellen taglicht geschichten ging es dann über zur allerhand düsterei und der hat mich tatsächlich der kommende film der sator sehr beeindruckt das heißt mir hat er wirklich von vorne bis hinten sehr gut gefallen da ging die meinung auch sehr auseinander ja es geht um eine naja um eine begegnung sag ich mal es ist so dass der film der regisseur hat es im q&a auch so gesagt dass er auch durch ein fan oder liebhaber ist von the bleridge project noch the witch gut fahren und das das spiegelt sich auch wieder in dem film es ist ein film der er muss ich ehrlich sagen ich hätte den film dann gerne mal mit untertitel gesehen ich habe nicht alles wirklich so richtig verstanden wie jetzt was ist es geht darum dass es ja ein ein wesen gibt das ja über ein übernatürliches wesen das in einem wald oder bei einer ja sein unwesen treibt es ist menschen werden dahin getrieben um dort also es ist nimmt einfluss auf menschen und die tun dann halt dinge ist es ist mir auch alles egal die die story ist mir völlig egal weil der film so sehr von seinen bildern lebt er hat hier im nationalpark gedreht im josemite nationalpark bei laub und schnee also bei verschiedenen wetterlagen das ist ein unfassbar geniales bild dass der film ist unheimlich langsam sehr sehr schwarz und düster und ja ich kann dazu jetzt müsste ich würde ihn wirklich eigentlich sehr sehr rasch noch mal sehen wollen hier auf jeden fall die leinwand sehr wichtig weil der film macht auf große leinwand sehr viel sinn ich kann mir auch vorstellen dass er bei der zweitsichtung auch dort an an ein bonus verliert obwohl er vier zu drei format gehalten ist also naja teilweise er nutzt er verschiedene formate also hauptsächlich ist er schon im cinema scope auf die leinwand gegangen und hier wusste ich es auch nicht kann es sein dass es um älteres material sich handelt was er mal gedreht hat weil er hat den film ja auch über sehr lange zeit inszeniert und produziert der jordan graham der hier als als one man movie machine sich oder bezeichnet wurde der hier wirklich auch im abspann sozusagen ja mindestens 25 tätigkeiten auf seinen namen gemünzt hat hat ja auch erzählt dass das konzept des films eigentlich völlig über bord geworfen hat als dann was kam was er gerne einflechten wollte nämlich seine eigenen familien geschichte mit seiner oma die da an demenz erkrankt ist und die ganz viel geschrieben hat und die halt wenn man ihnen den glauben schenken darf genau von diesem wesen sator titelgebend irgendwie beeinflusst wurde ab einem gewissen zeitpunkt in ihrem leben und dort dann daran geglaubt hat und dass das irgendwie die ganze familie also jenseits seiner generation aber alle drüber dann doch schon mit im negativen positiven sinne wie auch immer in den bann gezogen hat also da hat das irgendwie sehr gut verwoben und allein ob die einem das jetzt gefallen hat oder nicht weil da wird jetzt keine klare auflösung geben was da passiert oder auch nicht aber die bilder wie du sagst zahlen schon mit wenig mitteln sehr effektiv umgesetzt und auch hier eingebaut tolle kleine effekte die sehr sehr hart wirken auf einen menschen also sei es jetzt tatsächlich gewalt die menschen angetan wird oder aber auch einfach grusel effekte die einfach und sehr gut umgesetzt sind also der hat mich wirklich umgehauen der film ja danach haben wir das hat sich die festivalleitung auch trotz corona und allen einschränkungen und restriktionen nicht nehmen lassen wieder am abschluss abend auch ein bisschen für live musik gesorgt was denke ich bei jedem egal ob er jetzt setzt das nur direkt mochte gut ankam einfach weil man ja danach durstet und in diesen sommer kaum was erleben konnte das war diesmal die band schallmodule noch ganz neu erst der zweite auftritt dafür wirkten sie in meinen augen sehr professionell die haben ohne vocals sehr gute soundteppiche da gezimmert ich wüsste jetzt so gar nicht wie ich es nennen soll zum da würde ich jetzt mal das mikro an tobi geben dass er der musik spezialist wie würdest du das einschätzen was schallmodule da gespielt haben meistens ja es ist halt eine mischung aus post rock stoner psychedellic ein kleines bisschen drin sehr treibend flächig auf jeden fall hat natürlich ein pink floyd einschlag vernimmt man und erinnert halt stark an monkey free aus der schweiz wer sich mit der mugge beschäftigt der der kennt die und dann kann man das grob einschätzen in was für eine richtung das geht hat mir sehr gut gefallen vor einigen dass die halt eben fast schon jessigen schlagzeuger dort sitzen haben der da eben auch ein bisschen noch was rausholt ein bisschen varianz rausholt melodien aus dem teppich schlägt war schon wirklich gut also hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe dass da dass ich sie vielleicht irgendwie mal nach dresden motivieren kann dann über elbslatsch mal schauen genau und das ganze wurde ja übertragen von ghost town radio und da wird es vielleicht auch noch mal eine kooperation geben vielleicht in einer anderen anderen form nicht direkt die brett radio aber ein teil davon oder so und natürlich damit das nicht falsch verstanden wird auch dort bei diesem konzert galten harte corona regeln das heißt es war nicht mehr publikum da sondern tatsächlich war der kinosaal mit nur wenigen leuten bestückt so wie es eben vorgeschrieben ist und auch sein soll aber auch das hat der stimmung keinen abbruch getan applaus wurde zahlreich und laut schallend gespendet so und jetzt kommen wir zu dem was der abschluss ist also natürlich kam erst mal die 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 wir haben die siegerehrung gehabt der letzte film läuft ja immer auch außerhalb der wertung was dieses jahr nichts am ergebnis geändert hätte wenn er in der welt gewesen wäre wir haben ja immer drei preise die einen die razor plates die ja vom festival an sich schon immer verliehen wurden für den besten kurzfilm für den besten langfilm vom publikum gewählt und seit dem letzten jahr seit man ja in dieser maillesse runde ist ist ja vorgeschriebener weise noch einen kurzfilm zu prämieren von einer selbst ausgewählten jury da hat man dann auch filmschaffende festival schaffende und film schreibende leute zusammengesucht um eine gute mischung zu haben schöne grüße an pandastorm und den nils das jetzt richtig geschafft und denke die haben da auch eine ganz gute wahl getroffen mit der wahl des kurzfilms wir haben ja nur ein block nur gesehen aber es war der ein film aus dem den wir halt sehen konnten und es war la ultima navidad del universo also das letzte weihnachten im universum wir haben es schon angerissen im vorletzten podcast die ziemliche schlachtplatte a la turbo kit und aber noch viel mehr drüber und ja der hat dann wohl bei der jury am ehesten punkten können wer hat denn beim festival publikum abräumen können gepunktet beim publikum vor allem erst mal bei der dankssagung hat der regisseur des spanischen kurzfilms weil der hat so schnell gesprochen man kann und kein spanisch aber ich habe schon verstanden dass das so schnell war so schnell konnte man nicht lehnen also das war sensationell hat hier hat man sich auch mühe gegeben sehr kurzfristig auch noch die zu übersetzen was da gesagt wurde ist schon mal sehr nett zum verständnis ich fände es besser wenn man eine simultane übersetzung gemacht hätte dort vor ort das stimmt das hätte einiges an freude und spaß bereitet für die die zugucken und zuhören aber das publikum hat anders entschieden und hat sich als musical liebhaber entpuppt denn gewonnen hat live forever und das ist ein vierminütiger vierminütiger film aus schweden und verbehandelt verschiedene horrorszenarien die man so kennt ist sehr stereotypisch ein bisschen so 70er jahre slasher und dann auch noch den zombie film und science fiction und so weiter exorzist genau oder auch den den j-horror oder k-horror wie auch immer mit den bösen mädchen das da irgendwo rumsteht und böses tut und alle haben sie die opfer eins gemeinsam das sind sechs opfer die gezeigt werden sie singen den das gleiche lied nacheinander und den refrain zusammen und ja das ist eine gute kombi gewesen ist auch ein ein netter eine nette melodie und sehr schwungvoll hat hat er mir auch sehr gut gefallen hat ich auch hoch bewertet und er hat es geschafft es war im übrigen auch eine deutschland premiere und dann auch gleich die zweite noch hinterher denn wir durften dann eben weil er so schön kurz war den kurzfilm gleich noch einmal sehen eine widmung an alle charaktere die den zweiten teil nicht erleben hinten dran noch mal so als kleiner geg ja ansonsten gab es natürlich in news noch also die dank sagungen natürlich vor allem an das team die dort wieder alles auf die beine gestellt haben trotz eben der aussicht dass alles diesmal ein bisschen weniger den menschen zu gesicht kommt natürlich hat man auch ein bisschen weniger arbeit da keine gäste da waren aber trotzdem bürgt das im festival ja seine arbeit und natürlich auch die unzufriedenheit mit dem streaming da gab es irgendwie technische probleme aber nicht seitens des festivals sondern seitens dessen die das zu bearbeiten hatten den auftrag hatten dafür auch gut entlohnt wurden und aber da irgendwie gab es da probleme das hat wohl sorgen bereitet also da hat er sich auch noch mal entschuldigt an all jene die jetzt vor den rechnern hingen und dann die filme sich aufgehangen haben das ist halt leider jetzt nicht änderbar es hat wurde ja dann behoben am ende für den rest des festivals trotzdem ärgerlich und das ist auch einer der punkte mit diesem online was was eigentlich nicht wieder stattfinden soll weil es sich eigentlich key er sagt ja auch das festival gehört ins kino und nicht auf einen stream und deshalb gab es eine kleine verschiebung möchtest möchte man die stimme weitergeben damit eine zirkulation reinkommt genau also die es gab dann noch eine richtig schlechte nachricht am ende dass der flo halt gemeint hat weil er müsste jetzt eigentlich schon wieder termine und planungen beginnen und rausgeben für das für das nächste festival oder das musste er und ihm ist es auch zu unsicher mit dem nächsten jahr und wie gesagt er wollte die online variant kein fall und braucht dafür wieder vor corona verhältnisse wie auch immer die dann aussehen und deswegen hat man sich entschieden hier naja nicht nicht ein ganzes jahr ausfallen zu lassen sondern so ein halbes und macht dann in 2 21 nix und dafür rückt man aber in 22 vor in den april und will das dann auch als neuen termin etablieren hoffentlich ganz ohne streaming mit wieder vielen gästen und mit ganz viel vorbereitungszeit um wieder ein ähnlich tolles programm zu zaubern und das ist für viele von uns auch irgendwo schade aber durchaus total nachvollziehbar und da gibt es halt nichts anzukreiden ja und dann können wir jetzt eigentlich noch den gewinner des langfilm awards der goldenen rasierklinge verkünden und ja über den haben wir eigentlich schon gesprochen hatten wir vermutet self-fulfilling prophecy ist dann eingetreten und den amerika hat dann auch gewonnen und das denke ich zu recht flo hat noch so gucken lassen dass er die höchste durchschnittswertung oder die höchste wertung eines gewinnerfilms überhaupt hatte in allen acht festival jahren mit aufgerundet fünf wenn man es jetzt mal einfach so ja es war eine hohe vierkomma und war natürlich auch irgendwo der massenkompatibelste film aber der läuft immer in dem slot aber trotzdem vollkommen verdient dann kam dass der abgesang also man hatte auf ein trash fest gehofft das ist es auch definitiv wir haben gesehen psycho gore man allein wie der film angefangen hat hat mir das schon gut gefallen dieses diese alte erzählstimme die dir irgendwas von von einem fernen planeten oder von einer fernen welt erzählt das ist gehalten wie so die fantasy und einige science fiction filmen 80er jahren wie das gern gemacht wurde dazu läuft die blutrote schrift und wir erfahren eben ein bisschen vor vor der handlung zu dem was kommen wird ja es geht eigentlich nur um ein um eine ja begegnung von außerirdischen mit menschen auf der erde diese außerirdischen kommen von eben einem fernen planeten wie jetzt genau ich glaube da wurde ja verbannt genau der der psycho gorman und das ist halt ein monster das von auf der erde von zwei kindern ausgebuddelt wird das größte monster auf erden muss man mal so sagen ja zumindest was den nervigkeitsfaktor angeht das stimmt denn handlungstragend sind hier tatsächlich vor allen dingen kinder und vor allen dingen ein mädchen und nix gegen kinder und nix gegen mädchen aber das ist es ist einfach nur nervig gewesen also natürlich ist so ein film tobe sagte am anfang so ja vielleicht gibt es ein bisschen wie was wie power rangers tatsächlich gibt es sowas wie power rangers aber eben keine rangers sondern eigentlich nur die monster gegen die power rangers kämpfen mussten ihrer zeit da sind einige verschiedene interessante aufgetreten also die kostümdesigns waren schon ziemlich gut die waren super auch die die sehen auf diesem heimatplaneten der monster sozusagen oder das titelgebende psycho gore man die waren super also ganz viel so mit stop motion und puppen puppen tricks und masken und puppeteers und allen schnickschnack das war richtig gut und das kennt man ja aber schon von seinem also damals für mich der erste das erste werk was ich von konstansky gesehen hatte nämlich mannburg von 2011 ein kleiner kurzfilm oder längerer kurzfilm kann man ja schon sagen der hat es ja schon gezeigt in was für eine richtung es geht und dann kam irgendwann mal noch so was wie farthest day the voids das ist glaube ich der bekannteste von ihm aus 2016 den hatte ich ja auch besprochen es ist halt das problem wie es halt auch schon beide wollte hatte viel wollen und dann irgendwie ist das alles irgendwie halb gar also ich weiß nicht wie ich psycho gore man einordnen soll für eigentlich er wirkt wie ein kinderfilm mit wirklich nervigen plagen die man in der realen welt sofort an der raststelle ausgesetzt hätte und dann halt hast du halt doch mal so ein paar gore und bluteinlagen aber dann eben auch wieder zu wenig also dafür also der grummen gurt zu wenig rum das ist einfach das ist ein 90 minuten oder so die da irgendwie geht das war einfach zu wenig also mehr gewünscht und ich war dann wirklich froh also dann endlich zu ende war aber wo ich dann aus bin da lief der ja nach dem abspann lief der weiter und weiter und weiter es gab noch irgendeine reprise und es war glaube ich auch keiner mehr drin ich glaube die leute waren auch alle sehr geschafft von dem wochenende das will man jetzt da hat der film vielleicht ein bisschen gelitten aber also ich muss auch sagen ich fand den film einfach nur langweilig 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 weil solche filme sind langweilig und deshalb muss man sie würzen mit ganz viel eben dem was man da sehen will trash action oder eben gore und das war hier ein bisschen schlecht verteilt in dem film also ich finde der hätte mit einem 15 20 minuten kurzfilm vielleicht besser wäre besser gefahren da hätte auch alles reinpacken können und dann wäre das so durchgehend gewesen also ich fand das monster halt und die ganzen die ganzen männer in gummianzügen das war mal wieder sehr erfrischend und um mal so ein bisschen eine vorstellung zu bekommen also ich hatte immer so dass der der psycho gorman war so eine mischung aus brian justna's faust wish master dem monster von jeepers creepers das fand ich fast war es noch am nächsten dran und ja und man dachte auch so zwischendurch irgendwann hat er dann auch mal so strange wünsche erfüllt aber eher in seine richtung als wie es gedacht war dachte ich jetzt geht er in die richtung aber hat auch vieles angefangen und gar nicht weiter weiter genutzt und hat halt sich auf diesen ironisch sarkastischen unterton den vor allen dingen das kleine nervige mädel da reingebracht hat und immer wieder immer wieder die handlung und die action durchbrochen für einen coolen dialog in anführungszeichen und clevere sprüche und so der hat halt nie fahrt aufgenommen und ja vielleicht wäre es noch was anderes gewesen wenn du den irgendwie am zweiten festival tag nachts irgendwie total besoffen sie ist jetzt waren wahrscheinlich alle leute nicht mehr genug aufnahme fähig um das so richtig als gut zu quotieren total besoffen ist ein gutes kriterium irgendwie auf auf dem festival aufzutreten ich kann an dieser stelle versichern dass wir es nicht waren innerhalb der der festival zeit das und an dieser stelle geht dann auch unser dank noch mal vor allen dingen auch an florian dass wir auch wieder hier dabei sein konnten auf diesem sehr gerupften festival was du was die personalisierung angeht und die die gäste und es hat auf jeden fall spaß gemacht ich habe viele gute filme gesehen und dann verkrafte ich auch den psycho gorman tatsächlich ja und ich denke wir sind dann in anderthalb jahren auch wieder dabei wenn alles gut kommt wollen wir hoffen dass sich die lage entspannt ja es wird sich zeigen wenn wir alle weiterhin brav uns benehmen und nicht alle aufeinander hocken hier wurde auch viel gelobt florian hat seine seine gäste sehr gelobt dass sie sich an alles gehalten haben dass es keinen stress gab zumindest nicht von innen er von außen gab es aber ein problem aber das ist gehört woanders hin und ja also liebe liebe fünf verleiher deutsche auf diesem planeten in diesem programme sieht man dass nur zwei filme dass das langfilm angebotes bereits verliehen sind in deutschland und die anderen warten noch das heißt auch unser lieber festival gewinner und auch der sator sind noch zu haben und warten auf eine vernünftige auswertung also verleiher labels meldet euch bei uns wir helfen euch bei der auswahl wir wissen bescheid wir sind nämlich der zweitbeste filmpodcast der welt darauf noch eine banane und noch ein gruß an in das auto von vom schreiner der ja schon sich vor ort von uns verabschiedet hatte der jetzt ganz viele füße massieren muss bis zum nächsten hardline an dieser stelle und zu andere auch eher in unseren shows